Wenn Sie gerade nicht telefonieren oder Musik hören und Videos abspielen, können Sie von einer Verbindung über die Basisstation zu einer Verbindung über den DECT Dongle wechseln. Stellen Sie dazu zunächst sicher, dass der Dongle bereits mit dem Headset gekoppelt ist. Nehmen Sie dann einfach das Headset von der Basisstation und tippen Sie dreimal auf die Hörertaste. Die LED über der Multifunktionstaste an der Basisstation leuchtet rot, um anzuzeigen, dass das Headset nun von der Basisstation getrennt ist. Die LED am Dongle leuchtet blau, um anzuzeigen, dass das Headset nun mit dem Dongle verbunden ist. Um wieder zur Basisstation zu wechseln, setzen Sie das Headset in die Halterung ein. Die LED am Headset blinkt dreimal blau und die LED über der Multifunktionstaste an der Basisstation erlischt.